Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von eBakery, die Social-Media-Agentur. In diesem Video zeigen wir euch, was YouTube-Strikes sind, welche Arten es gibt und was sie für Folgen haben. Wenn euch dieses Video gefällt, dann gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Strikes sind Verwarnungen, die man auf YouTube bekommen kann. Es gibt zwei Arten von Strikes, die man unterscheiden muss. Einmal Strikes wegen Urheberrechtsverletzungen und Strikes wegen Community-Rechtsverletzungen. Einen Strikes wegen Urheberrechtsverletzungen bekommt man, wenn man zum Beispiel Musik in seinem Video verwendet hat, für die man keine Rechte hatte. Weitere Beispiele können sein, dass Ausschnitte aus anderen Videos oder bekannten Filmen verwendet wurden, wodurch es zu einer Urheberrechtsverletzung kommt. Strikes wegen Community-Rechtsverletzungen bekommt man, wenn man gegen die Richtlinien verstoßen hat. YouTube hat in seinen Community-Richtlinien ganz genau aufgeführt, welche Art von Content auf der Plattform unerwünscht ist. Hier gilt Family-Friendly. Das heißt, sollte in einem Video Gewalt verherrlicht oder sexuelle Inhalte gezeigt werden, bekommt man für diese Inhalte eine Verwarnung. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, ob auch eure Videos schon einmal eingeschränkt wurden. Um das nachzuschauen, geht ihr einfach ins YouTube-Creator-Studio und dann auf Videos. Nun wählt ihr oben im Filter Beschwerden wegen Urheberrechtsverletzungen aus. Wenn ihr das gemacht habt, zeigt euch YouTube genau an, welche Videos eingeschränkt wurden. Eine Einschränkung kann Verschiedenes bedeuten. Bei Community-Strikes zum Beispiel wird bei manchen Videos zuerst die Monetarisierung eingestellt. In dem Fall wird das Video zwar noch auf YouTube geduldet, aber YouTube möchte kein Werbepartner bei unerwünschten Inhalten sein. Erkennen könnt ihr diesen Fall daran, dass das Monetarisierungszeichen nicht mehr grün, sondern gelb ist. Für den Fall, dass ihr jedoch keinen Verstoß begangen habt, könnt ihr eine Überprüfung von YouTube anfordern. Bei den Community-Strikes gibt es zusätzlich noch eine Besonderheit. YouTube spricht hierbei erstmal eine Verwarnung, die noch keine Folgen hat, aus. Solltet ihr den Verstoß aber wiederholen, bekommt ihr den tatsächlichen Strike und die ersten Konsequenzen. Diese sehen so aus. Für eine Woche können keine neuen Videos auf die Plattform hochgeladen, sowie Livestreams und Stories erstellt werden. Außerdem können keine Community-Posts mehr geteilt und keine Playlists mehr erstellt oder bearbeitet werden. Der Strike bleibt für 90 Tage bestehen, auch wenn die Konsequenzen nur für eine Woche gelten. Wenn ihr in diesen 90 Tagen keine weiteren Verstöße begeht, dann verfällt der Strike. Begeht ihr jedoch erneut einen Verstoß, bekommt ihr einen zweiten Strike. Alle Folgen des ersten Strikes gelten dann für die doppelte Zeit, also für zwei Wochen. Der zweite Strike bleibt wieder für 90 Tage aktiv. Wenn ihr innerhalb dieser 90 Tage erneut einen Verstoß begeht, dann bekommt ihr den letzten und somit dritten Strike, wodurch der Kanal gelöscht wird. Bei Urheberrechtsverletzungen läuft das Ganze ähnlich ab. Nur bekommt ihr hier beim ersten Mal direkt einen Strike und keine Verwarnung. Auch hier führen drei Strikes dazu, dass der Account gelöscht wird. Wir hoffen, wir konnten euch mit diesem Video weiterhelfen. Wenn ihr noch Fragen zu dem Thema habt, schreibt sie gerne in die Kommentare oder wendet euch an die Experten von eBakery. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Viel Erfolg wünscht euch euer eBakery Team. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.